Hi Leute, wir haben wieder ein Päckchen in die Redaktion gekriegt. Schauen wir mal was da drin ist. Riechenschutz mal nicht, also Parfüm dürfte es wahrscheinlich mal nicht sein. Das Start-up hier von dem oder dem Start-up von dem dieses Produkt hier ist, die waren in Österreich bei zwei Minuten zwei Millionen. Was sowas ähnliches ist wie bei uns hier in Deutschland. Die Höhle der Löwen, die laufen ja ich glaube zwei Minuten zwei Millionen. Läuft derzeit in Österreich auch noch. Also das heißt, je nachdem wann ihr das Video natürlich anschauen. Wir haben jetzt Anfang April 2022. Wenn ihr das natürlich 2048 anschaut, dann wahrscheinlich eben halt nicht. So und was haben wir da drinnen. Also ich weiß gar nicht, ob sie ein Investment gekriegt haben. Schade ist nämlich, dass wir in Deutschland keine zwei Minuten zwei Millionen anschauen können. Weder über den Stream noch über Satellit etc. empfangen. Könnt nur auf YouTube aufzeichnen. Ich glaube, da gibt es ab und zu welche. Aber Upstairs Energy, Guarana Cherry, Koffein Bonbons. Okay und was haben wir hier? Hier haben wir... Hey, warum sagt eigentlich keiner was? wäre es mal mit Kamera umschalten? So wäre es doch viel besser. Also riechen tut es lecker minzig. So, jetzt haben wir hier... Also das hier wird Minze sein. Das hier ist Cherry, Guarana Cherry. So, dann seht ihr nämlich auch mal was. Mann, keiner will was sagen. So, hier haben wir... Oh, da ist ja mal geile Farbe. Das hier ist das hier. Ich hole jetzt einfach mal. Genau. Packen wir mal eine Brille. So, dann sehen wir auch was. Also Tropical Lime. Matschern. Und ich sag nur was, das riecht in der Minze. So, oh ja. So, Leute. Also, was haben wir hier noch? Alles vom Bau. Hier haben wir coole Sticker. Ja. Hier Bonbons mit Koffein. Also, denkt dran. Marketing ist alles. Dann haben wir hier... Das tun wir mal den Beipackzettel. Den tun wir mal weg. Dann haben wir hier... Was haben wir denn hier? Also, hier haben wir Upstairs Team. So, also. Die findet ihr auf Facebook, auf TikTok und auf Insta. Upstairs.club. Hier Upstairs.de. Da findet ihr zu den Jungs. Wir werden euch das natürlich aber auch oben drüber, unten drunter verlinken. Ich weiß auch gar nicht, wo das Startup sitzt. Vielleicht sitzen wir auch in Deutschland. Es sind ja immer mal wieder deutsche Startups, die in zwei Minuten zwei Millionen auftauchen. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier... Oh, cool. So, also. Das können wir mal rüber reichen. So, das letzte Mal gab es Ärger mit der Putzfrau. Deswegen das mal nicht. Ahm, Koffein Bonbons. Also, so sieht das Ganze mal aus. Hier ist ein cooler Löffel mit dabei. Ja. So. Dann hier auch geile Farben. Verpackung. Dürfte Aluminium sein. Ja. Also, Guarana. Cherry. Tropical Lime. Und Matcha. In diesen Variationen haben wir es. Hier ist nochmal. Tropical. Da haben wir das hier. Oh, was haben wir hier? Black. Opa. So. Spermin. Also, hier kommt auch die Minze. Mann. Leute. Ganz klassisch. So. Na ja, wisst ihr die Farben durcheinander? So. Also. So. Und hier auch nochmal Cherry. So sieht das Ganze aus. Werden wir mal probieren. Wer uns folgt in den sozialen Medien, also gerade auf Instagram und so weiter, der weiß, dass wir immer da mal Videos machen, dass wir kleine Storys machen. Dass wir aber auch die Produkte gerade in TikTok-Videos noch ein bisschen weiter ausbauen, beziehungsweise die Storys ein bisschen weiter ausbauen. Deshalb folgt uns. Dann kriegt ihr immer die top aktuellen News. Auf startupwelle.news.de findet ihr die deutschen News zur Startup-Szene. Schaut mal vorbei. Sind immer tagesaktuell. Und in Print findet ihr uns alle zwei Monate im Zeitschriftehandel. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Ciao.